Willkommen zu Hades Happy Wheels Mal gucken Don't move Pogo Walking Mecha Uh, das haben wir noch nicht gespielt Oh, was ist das denn für ne geile Scheiße Press to walk Press start Space, ja habe ich Up and down Consecutively Ohne Spaß Das Wort habe ich bis jetzt Ich meine, ich kann ja wirklich kein Also ich kann Englisch, ja Aber das Wort Habe ich ja tatsächlich noch nie gehört Ohne Spaß, aber Das ist geil hier, das funktioniert ja nicht Ziemlich gut, man braucht nur oben nach oben Und unten zu drücken und dann läuft er mit Seinem geilen Mecha hier Da lang Wenn ich jetzt nicht Verreckt wäre, aber egal Komm, Space, ich hab's schon Hui, es ist ein schöner Tag Um an den Mecht zu reiten Und Menschen nieder zu Trampeln Autos zu crashen Ja, da sind halt ein paar Miner Und das interessiert uns Einen Scheißdreck, ja Wir laufen einfach rüber Weil wir es können Und da ist ne dicke Dicke Glaswand Komm, go, go here No problem einfach nur Hui Mama Okay, jetzt geht's hier runter Ja man Oh jo, in your face bitch In die Ex hab ich dem gekickt hier So, hau, hau, hau Hau ne weg So Was die Leute sich für'n bescheuerten Scheiß Einfallen lassen, ne? Ich fahr mit meinem Roboter Roboter Robifreund Hört mich so ein bisschen als South Park Wo Kartmann sich als Roboter verkleidet hat Das war richtig, das war richtig geil So, komm Alter Boah, wie viel Mensch hast du denn noch hier hingeparkt Jetzt langsam wird's langweilig Alter, what the fuck Da ist das Ziel Aber Oh, jetzt mach ich nen Spagat hier Hammer geil Ein Roboter hat laufen gelernt Wär mir dabei geholfen So Sehr schön Das war kreativ Aber man hätte ein bisschen mehr draus machen können Muss ich sagen Äh Future Tables Racing Das hatten wir aber schon Minecraft South Ah, das hatten wir auch The Chest Minecraft Zombie Smash Child of Zombies like a Revenge Hammer geil, Junge Grab Sword to start Woah Okay Da hab ich irgendwie nicht richtig zugepackt Da, jetzt hab ich jetzt Nyaaaaah Das ist geil gewesen, oh mein Gott So Pokémon Battle Fix Hashtag Ra Au, Au Irresponsible Dead gegen White Hobo Level 10 Boah, das ist aber unfair mit Level 9 16 Was muss ich denn jetzt machen Press Control Ja, Mann Kitty Ich werfe meinen Sohne, Mann Okay Irresponsible Dead Uses Genietic Nochmal geil, Junge Das war cool Drop Flop Oh PewDiePie Okay, ist das wieder so'n 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 Blablabla Blablabla Ja So'n 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 Sehr schön So'n So'n Pogo Level So'n So'n Alten Penner Epic So'n 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 Dann Das machen wir jetzt noch zu Ende Wenn dann nichts megamäßig Geiles kommt Dann beenden wir das hier Ich mein' Dann ist das ganz einfallsreich aber Was so'n Mirrored Labyrinth Oh oh Ui Hardcore mäßig Soa komm, wir sind ja schon fast durch, hier Aah Tüchü Wenn jetzt nichts megageiles kommt dann Heaviball Oh Oh, das ist cool Na komm Ja, wunderbar Hab ich geschafft, komm Ja, nein Ja, ja, sehr schön Was ist das jetzt? High Acceleration Ohne Witz, da schlafen wir ja richtig die Füße ein Impossible Hatten wir das nicht? Das hatten wir, ne? Ja, das hatten wir Das hatten wir Aber ich will gucken, ob ich das nochmal schaffe Ja, man Too easy einfach nur Too easy Super free fall Das kennen wir aber noch nicht Oh, ne, ich wollte den packen Und mit mir ziehen Nein Komm schon, in der Luft In der Luft hole ich dich noch Nein, Frank Frag mich nicht, wie ich auf Frank Ich hab den Mein Popo ins Gesicht gedrückt Okay Das war irgendwie Langweilig Okay, da ist den Biba Longheartspikefall Auf jeden Fall, Junge, den schaffen wir Den nehmen wir denn dafür Den Pokémon Wo ist der Pokémon Pokémon Ja Das müssen wir mal gucken, wenn das wirklich so ein langer ist, dann müssen wir Ja, das ist machbar Nein Oh mein Gott, wie geil war das denn? Da sind wir tatsächlich noch durchgekommen Ja Toilet race Toilet race Meine Toilette Meine Toilette Nein Ja Ja Ich hab sie Meine Toilette Auf geht's Ja Ja Aber vieler sind Bitschers, Junge Ja Viel geiler wäre es, wenn ich mich heute draufsetzen könnte Vaporizer Ball Throw Okay, ich werfe erstmal alles daneben Die Dicke müssen wir killen Ja Ach so Die werden quasi in Luft aufgelöst Oder in ihre Bestandteile Dann will ich aber auch den hinter mir killen Ja, Mann Den mir in die Eier geworfen So Ne, dann wird nichts werden So Ich muss den wirklich Nein So So ist gut Und Nein Zu weit Ich will sie zumindest einmal killen Ne, das wird nicht funktionieren So So wird es auch nicht funktionieren Ach fuck Nein Nein Och Scheiße Ja Ja toll Und jetzt Jetzt hängt der da, oder was Warte, warte, ich mach das Jawohl Wui Haben wir noch Ten ways to die Don't move Hard Hard donation Quiz Blablabla Freefall Noch ein Freefall Noob Okay Gut Okay Es gilt Pro Alles klar No problem Hab ich gehört Aua Ach so Das ist wieder mit diesen geilen Kügelchen Und so Egal, wir machen das Nein Nicht meine Arme So Ja Wir fahren ja durch Ja Immer noch No problem Ich glaube wir haben das gleich Ja guck mal Wir haben jetzt sogar sofort Oh Oh Nein Nein Und ich hab keine Arme Wer hat mich da rausgeholt Nein Okay Das ist Ja Das ist jetzt Pech Würde ich sagen Ich hab nur noch ein Bein Und ich hab darüber lebt Normalerweise müsste ich bluten Wie sonst was Boah Vielleicht schaffen wir das ja sogar Ja Ja Alter Voll wie Rayman hier Wir brauchen einfach keinen Hals Vielleicht schaffen wir das Da durchzukommen Ja Spiel wie Piano Mit unserer Tastatur Komm Na komm schon Jungen Du schaffst das Okay Das ist nicht machbar Heißt also Next try Ja Kein Problem Auf geht's Auf geht's So ist gut Ja so ist gut So ist gut So ist gut Nein Oh 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 Ja 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 Nur einen Arm verloren Das ist eine gute Bilanz Ja 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 Egal Mann Boah scheiß Haare hier Ich hab übrigens überlegt Dass ich Freitag Also morgen Wieder zum Friseur gehe Also ohne Spaß So lange Haare sind irgendwann Einfach nur noch Sehr sehr nervig Ich verstehe gar nicht Wie Valentin Da irgendwie Also Saratza Äh Da das aushält Ohne Spaß Mit den langen Haaren Das wird mir ja Irgendwann voll auf die Kekse gehen Das ist ja der Wahnsinn Auf jeden Fall Äh Bin ich doch Bin ich doch mal wieder Mehr so auf mittellange Haare Wobei Eigentlich sind die Haare Die ich ja jetzt habe Mittellange Aber ich bin doch nicht mal Äh Wieder auf etwas kürzere Haare Ist dann doch etwas Pflegeleichter Muss ich sagen Komm Fickt euch doch hier Ach so ne Scheiße Hui Wie mach ich denn Ach Kitty Wir müssen dir unseren Sohnemann Vorschicken Ja man Unser Fleischschild Damit funktioniert es halt einfach So sieht es aus So Cool Schau Boah ich hab heute wieder Voll den Albernheitstag Ohne Spaß Aber mal so richtig wieder Ich glaube ich hab heute wieder Richtig gut geschlafen Und ohne Scheiß Heute wird es wieder so richtig warm Boah das war heute Morgen Als ich aufgestanden bin Ey das war wieder so warm Die Sonne hat mir fast meine Beine Verbrutzelt Das war der Wahnsinn Road to victory mama Ja no problem Ja no problem Ist ja voll keinen Hat er voll keinen Skill noch durchzufahren So Aber geil Wir haben gewonnen Victory So Exit to menu Longer Oh Oh da verspricht einem Longest spike voll Ja Auf jeden Fall Ja ich kann auch Ich kann auch überhaupt Neues den längsten in der Hose ab Aber ob das dann wirklich so ist Dammit Okay 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 Der ist lang Der hat einen richtig langen Schlung Aber egal Das schaffen wir Wir müssen nur hier den lang fahren Das ist nämlich der Trick Deine Mutti ey Was ist denn da los Ich finde das ist mit dem Mit dem Mit dem Daddy hier ist das voll einfach Man braucht nämlich nur hier entlang zu fahren Und ein bisschen gegen zu halten Aber irgendwie schaffe ich nicht bis ins Ziel So No problem Also Kommt das Ziel da auch irgendwie dann noch Also kommt dieses Geräusch noch oder nicht Also ich hab's jetzt mehrmals offensichtlich geschafft Würde ich sagen Aber ich bin der Meinung Vielleicht drück ich vorher mal Z Dann lass ich mal los Oh Okay Das war nicht so intelligent Vielleicht fahren wir jetzt einfach mal so hier runter So Uuuuii Scheiße Nicht geschafft Boah ich will einmal Ich will wissen ob ich Ob das funktioniert Ja Siehste Ich wusste es geht doch Ja Also entschuldigen wir bitte Wenn wir schon ein Level abschließen Dann machen wir zumindest auch das hier Oder Dieses Oh da kann ich meine Meine Bälle schwingen Ja oder Voll geil Wohl schwingen Nein Oh Voll inkompetent So Was passiert mir jetzt hier schönes Oh ich muss auf die andere Seite Ist ja interessant Okay Dann bin ich doch dabei Junge Wenn ich denn mich Mich mal daran festhalten könnte So Ja man Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall noch eine Runde Schwung holen So Nein Oh Oh das ist schwierig Das ist schwierig Ja Das ist nicht einfach Leute Ohne Witz Das ist nicht Ah Ah Ja Oh Jetzt habe ich vergessen Jetzt will ich Oh Nein Oh Das Kann ja wohl nicht wahr sein So Sehr schön Schön festhalten Ja Loslassen Boah das ist echt schwierig Ohne Scheiß Der sollte sich mal die Beine abreißen Damit das wenigstens mal funktioniert Hier Das darf ja wohl nicht wahr sein Scheiße So Jetzt hängen wir dran Alles klar Wir machen aber zumindest noch eine zusätzliche Runde Damit wir ein bisschen mehr Speed generieren Uh So Jetzt sind die verfickten Beine auch mal weg Die brauchen wir nämlich nicht Ja Komm Das glüht Stückchen Nein Das kann auch noch abfallen Ja Schön festhalten Oh 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 Nein Bitte Ja Nein Nein Ich will das jetzt nicht nochmal machen Komm schon Jung Zieh dich hoch Ja Ja Das war gut Das war gut Komm schon Ich weiß dass du es schaffen kannst Mach es für deinen Sohnemann Nochmal nochmal Ruhe bewahren Ruhe bewahren Wir haben es fast einmal geschafft Boah ich fühle mich gerade wie Gollum ey Herr der Ringe wo der einmal da Um den Ring gekämpft hat Am Ende wird er so Ach jetzt komm schon Kann ja wohl nicht wahr sein Dass du da nicht drüber kommst Ich kann aber auch keinen Schwung mehr holen Ich weiß nicht welche Tast nicht drücken soll Vielleicht die hier Und jetzt die hier Ach okay Alles klar Stemm dich dagegen Stemm dich dagegen Das ist Ja So ist richtig Nein Nicht weg Ja genau Stemm dich dagegen Ja 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 Oh mein Gott Jesus hat uns erhört Preiset den Herrn Oh Gott What the fuck Was ist das denn für eine abgefahrene Maschinerie hier Death Ja genau Ich krieg das mal wieder einen auf die Fresse Aber geil Da muss ich reinwerfen Specials Drei Bälle kriege ich jetzt dazu Oh 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 Fünf Bälle Hammer geil Zehn Bälle Nein Polo Ball Boah was ich hier nicht halt krieg du Ich krieg ja hier alles Nein Oh Ja man Zehn Bälle Auf jeden Fall Junge Hab ich gewonnen Ich hab gewonnen Ja ich will den Einkaufswagen Wuii Wuii Hammer geil Fert wir haben gewonnen Sehr schön So jetzt machen wir das aber Minecraft Nummer 2 Hatten wir das schon gestern Ja das hatten wir schon gestern Exit to menu PewDiePie und Tobaskus Ja äh Nicht Tobaskus sondern Tobaskus Ja ich weiß Tobaskus Äh What PewDiePie oder Tobaskus Ich muss da ganz ehrlich sagen Dass ich Tobaskus besser finde Also PewDiePie ist schon ziemlich krass abgedreht Aber ich finde Tobaskus ehrlich gesagt Noch eine Ecke unterhaltsamer Also der haut manchmal echte Knaller raus Muss ich sagen Ich finde doch 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 Tobaskus Tobaskus kann mehr Der hat zwar wenige Abonnenten glaube ich Aber Der macht doch immer dieses Boop Am Ende Den finde ich ganz witzig Muss ich sagen Ich gucke ja wenig Let's Plays Also wenig bis gar nicht Aber ab und zu gucke ich mal so in die Amerikanischen rein Oder generell so in die Englischen Was die so alle für einen Scheiß machen Weil das ist ja nochmal eine ganz andere Welt Äh Und ich muss sagen Das ist eigentlich ziemlich witzig Aber die haben ja echt den Fotogramm Die haben ja dadurch Dass die Englisch sprechen Eine riesen Reichweite Das ist echt der Wahnsinn Also was die da für einen Kram machen Das ist echt der Knaller Auf jeden Fall Würde ich sagen Haben wir jetzt nur die erste Seite Komplett durchgearbeitet Und ähm Ja ich bedanke mich auf jeden Fall Recht herzlich fürs Zuschauen Ja Und würde mich auf jeden Fall Freuen wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid Wenn es wieder heißt Happy Beats Hadi Jeude Jeude Der Hadi einfach keines 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 Der Hadi einfach keines 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 YEUH Aha! Man! Man! Man!